wie war das noch mal das ist ja komisch an mir gerade wie war das noch mal mit bambus schade bambus geht hier nicht rein ich habe jetzt auch keinen bock dieses bambus mit zu schleppen so machen wir den weg weiter was brauchen wir kies brauchen wir wohl eher weniger erde brauchen wir auf jeden fall diese brauchen wir so schauen wir mal nach hinten wie ist hier ist nicht passiert da ist was passiert so viel theater so viel theater nur dafür ernsthaft dabei sieht es nicht mal gut aus dann lass es doch so den können wir denn auch so lassen hier gehen wir so und hier kommt so und hier kommt so einer auch rein und da auch hier und hier und hier hier machen wir den weg ein bisschen schmaler hier lockern wir ein bisschen alles auf so hier machen wir mal mit schaufel so ich finde es gar nicht so schlecht muss ich sagen ich glaube alles wäre zu krass aber so vereinzelt ist es glaube ich mal ganz nett so machen wir hier ein bisschen mehr rein nein nein kein so wenn das glaube ich noch zugewachsen ist das was grün soll dann geht das glaube ich so ne oder ich würde sagen ich mache dann auch erstmal hier die laternen überall so hin erstmal aber ich würde sagen ich gehe jetzt erstmal pennen mit dem komischen gebüsch da weiß ich nicht ob ich das verlasse hallo hallo auf jeden Fall müssen wir hier auch noch ein paar kleine bäumchen anpflanzen ne ich glaube ich glaube ich reiße das wieder weg das ist nichts weiß nicht wenn man ein anderes Texturinpack hat dann geht das bestimmt äh ich würde sagen die machen wir nochmal weg ähm die setzen wir hier rüber die kommen sowieso weg und die setzen dann setzen wir hier noch eine hin setzen wir dort noch eine hin und hier ich glaube so ist das schon schön ne wenn man die nimmt man muss sie ja nicht direkt am Wegesrand stellen ne also ich könnte jetzt sagen die hier ich stelle die einfach ein Stück nach hinten und mach hier Dings rein gut die müssen weg die sind mir zu hoch das mag ich nicht schade dass ihr das da drunter dann auch weg macht aber das mag ich wirklich nicht wenn das so hoch ist hier das muss auch alles weg das haben wir nicht gepflanzt klar man macht nicht alles weg was man selber nicht gemacht hat aber so das ne weil ich finde hier sind auch einfach viel zu viele Sonnenblumen so dann sieht das doch hier eigentlich schon ne man kann hier noch selbst mit ein paar Blumen auffüllen das ist glaube ich schon okay ne und wenn man Moment mal haben wir hier haben wir zwei nehmen wir mal mit wenn wir hier noch so zwei Bäumchen hinsetzen erst mal so und da ne und dann setzen wir hier und hier da ist jetzt nur eine Blume zwischen gewesen aber okay ich brauche unbedingt ein anderes Texture Pack ich will wissen wie das bei den von Hannibal aussieht so gefällt mir das ja schon eigentlich ganz gut hier äh wo haben wir denn hier so dann gehen wir da jetzt einmal diese zwei Bäumchen dann noch einpflanzen in der Hoffnung es kommt bald mal ein großer Baum äh viel weiter nach hinten würde ich gar nicht gehen ich würde jetzt sagen noch ein Baum mache ich da hin und den mache ich dorthin und dann geht es langsam klar hier zu der Seite wollen wir ja auch noch ein bisschen gehen aber dann gehen wir langsam hier rüber und lassen sie langsam vereinzelt hier auslaufen mit Bäumen aber es geht jetzt eben noch hier also hier kommen ja auch überall Bäume hin so haben wir hier irgendwas was wir hier hinpacken können nö das kann auf jeden Fall hier bleiben hier was war denn hier nochmal ich gucke mal kurz aha haben wir die noch gar nicht ausge haben wir die noch gar nicht hier waren wir noch gar nicht dann müssen wir da auch nochmal rein das wusste ich gar nicht gut da werden wir bestimmt von der Höhle in irgendeine andere Höhle kommen aber das können wir auch mal machen und dann können wir das nämlich auch zuschütten hier wenn da nichts mehr ist dann so das wächst ja sehr langsam zu hier so geht das glaube ich mit dem Weg ne so geht das glaube ich so jetzt überlege ich gerade mal was machen wir was machen wir ähm gibt so viel zu tun einmal Schub trinken das habe ich gerade im Augenwinkel gesehen nur okay schade dass der so beide gleich hoch sind aber ist egal so ist es okay ach hier musste ja noch Erde rein so wir können wir gehen mal zurück wir können ja noch wir gucken mal gerade kurz was hier ist der Weg da hinten ist unsere Hütte gehen wir denn mit dem anderen Weg hier entlang oh guckt er mir hier auf den Kopf alter das fand ich jetzt aber nicht schön der Zaun war da so lange gewesen du Pfeife ey äh man so okay gehen wir dann hier lang wollen wir denn hier vielleicht eine kleine Brücke rüber machen das könnte man machen dann müsste man das nur ein bisschen geht auch mal weg obwohl man könnte es einfach so lassen man macht einfach nur eine Brücke drüber eine kleine macht man ja man müsste den so schräg gehen und das ist doof irgendwie wir machen bestimmt irgendwann nochmal eine Brücke aber da weiß ich nicht haben wir noch Kartoffeln ja ich weiß wenn man sie im Ofen packt äh sind sie besser macht doch hin oder man geht von äh da so hier entlang das Ding ist wenn wir irgendwo hin müssen schnell gehen wir sowieso kreuz und quer ne es soll halt nur schön aussehen müssen wir mal gucken oder man macht einen kleinen Tunnel nein 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 komm ähm ähm jetzt erstmal ein bisschen Plunder wegbringen na ein bisschen ist gut ich würde sagen wir machen denn also wir gucken gleich nochmal zu unseren Feldern wie sieht denn das hier aus wir gucken gleich nochmal zu unseren Feldern gehen natürlich nochmal zu den Kühen Stein so den haben wir dort Kies haben wir dort so hier da können wir dann von den blauen und von den gelben paar Blumen verteilen von den Margeritten äh wir gucken äh Bücherregale machen wir uns mal da müssen wir hier draußen nochmal ein bisschen an unseren Zuckerrohr rumfummeln äh